hallo und wieder zurück zu einem neuen video bei mir kaos und heute gibt's halloween update idee natürlich ist es nicht echt leute bedenkt das auf jeden fall es kommt nicht zu 100 prozent rein paar könnten vielleicht reinkommen und ja es sind hier nur ideen und wir fangen dann direkt mit den ersten an und zwar den skin und zwar erstmal ein skin der bei halloween vielleicht reinkommen könnte ist der plagoer dr pmskin die sehten hier auch ein cooler skin könnte ich mir sehr gut vorstellen zu halloween ja würde ich jetzt für 360 jams dafür sogar für 80 jams macht ja es kann man auch nicht so viel sagen nächstes ist der tombrider karl er ist auch zu einem also so einen grabstein vom friedhof auch sehr sehr passend zu halloween seht mich irgendwie mit facecam ja das ist neu auf die farbischen zugefügt das nächste ist ihr hört gerade den sound also die musik ich habe musik eingefügt die zu halloween fast zu 99 prozent reinkommt die war auch letztes jahr ja ihr solltet jetzt gehört haben nächstes machen wir weiter also der karl ist ein cooler skin würde ich für 80 jams auch verkaufen sehr sehr passend zu karl auch sehr passend zu halloween das nächste ist mad sciences karl und das ist ein karl skin den fall ich sogar nicht so hart aber ja könnte ich könnte schon gut reinkommen ihr seht rechts unten brawl halloween art kollektion kollaboration 2019 und ja da seht ihr unten links unten von wem das ist twitter instagram und reddit ja machen wir weiter also der karl würde ich für 80 jams auch machen auch kein spektakulärer skin dann kommen wir zu einem coolen skin der mir sogar sehr sehr gut gefällt und und gefällt gefällt uns als der wikinger wiking ghost primo und das ist ein boxer skin und das ist ein cooler skin schaut euch den auch sehr passend zu halloween er hat so eine showdown am arm oben und ja auch ein cooler skin auch sehr sehr passend zu boxer der nächste ist der king barley leute und der skin hier ist meiner meinung nach schon wieder am ball ist genau meiner meinung nach zu groß oder also ich könnte mir das nicht vorstellen irgendwie diesen skin hier rein zu kommen ich weiß nicht ob da überhaupt reinkommen wird aber ich glaube ich könnte mir den gar nicht vorstellen aber auch an sich sehr cool das gehen 80 jams oder nie sogar mit dem fügel ich würde sogar 160 jams so der nächste skin und das ist der letzte skin für heute und das ist der zombie leon skin den das ist einer meiner favorite skins und so würde ich dafür 80 jams ihn verkaufen oder sogar für 30 jams hat er keine special sachen hat aber ich feiere den stil halt so cool und cool das gehen auf jeden fall weiter geht's mit dem brawler und zwar der erste brawler ist der harley und der prallt an den gegnern sachen ab wenn er schießt prallt er so auf den gegner und dann kommt es wieder zurück zum boomerang oder sowas denn ich richtig gelesen habe das nächste er hat leben 4800 und seine attacke macht nur leider 400 schaden so seine ulti er kann den platz wechseln mit einem anderen brawler zum beispiel da an der anderen ecke steht tada der terror und er aktiviert die ulti und er kann sich einfach tp und tada also es ist sehr sehr gut wenn man im kampf ist aber den anderen einfach teleportieren also cooler skin so cooler brawler natürlich machen dann weiter noch mit einem skin und zwar ist die tada skin die mumie tada skin sehr sehr cooler skin feier ich könnte sogar ein starskin sein oder im brawl pass ihr wisst ja vielleicht kommt ein halloween brawl pass 7 4 das klingt dieser tauschen könnte hier sogar im brawl pass sein stufe 1 wie jetzt dieser poko im starpark das nächste ist der hintergrund der hintergrund ist sehr sehr cool passend auch zu halloween ja cooler skin wird er cooler hintergrund könnte sogar reinkommen der nächste wir haben jetzt ein brawler und zwar ist der wispa das ist ein geist dass ich dazu beeile der kann auch durch die wand schießen also er kann solche feuer sachen auch also wenn ein gegner an der anderen seite der wand steht kann er da drüber schießen und es fliegt so drüber bis zu dem anderen woher damit es ihn trifft und er macht sogar 1300 schaden ist auch sehr sehr krass op und sein leben hat 4500 nicht so viel so das nächste ist er kann überall durch mit seiner ulti aber für vier sekunden überall kann er durchgehen und sein speed ist schneller um 25 prozent ja und wenn das zu ende ist er kann sich auch in solchen gebäuden verstecken springt er raus automatisch so das ist der wispa auch ein cooler skin so ein geiles passend zu halloween und das war's dann würde ich sagen mit dem video ich hoffe ich habe es gefallen lasst ein like und ein abo da und wir sehen uns tschüss tschüss